Leute, das ist mein Onion Smash Burger und ich zeige euch super gerne, wie ich die Kiste gemacht habe. Ich brauche also zwei Zwiebeln, eine rote und eine weiße. Die werden erstmal in ganz dünne Ringe gerieben. Anschließend schmeiße ich ein Päckchen Bacon in die Pfanne und lasse den so ganz langsam aus. Wenn er ein bisschen farb hat, kommt eine dritte Zwiebel in kleinen Würfeln dabei. Und wenn auch die ein bisschen glasig ist, kommt reichlich brauner Zucker darüber und ein ganz klein bisschen Ahornsirup, Freunde. Jetzt lasse ich das Ganze einen ganz kleinen Moment köcheln. Guckt mal, ist das kein geiles Bild? Jetzt kümmern wir uns um die Brötchen. Die habe ich schon fertig angetoastet, wie ihr hier sehen könnt. Und hier haben wir meine Patties, 80 Gramm. Da kommen ein paar weiße Zwiebeln oben drauf und dann wird erstmal gesmashed. Hier haben wir das erste Patty, hier ist das zweite. Da kommen also ein paar rote Zwiebeln drauf. Wird ebenfalls wieder gesmashed. Und dann lasse ich die so zwei, zweieinhalb Minuten von jeder Seite in der Pfanne ein bisschen brutzeln, dass sie eine schöne Farbe haben als Rub. Nämlich vom Pit Boss, den Kansas City Rub. Wirklich sehr, sehr lecker. Schmeckt mir sehr gut. Die zwei Minuten sind jetzt rum. Die Patties werden zum ersten Mal geflippt und dann schmeiße ich direkt auf jedes Patty eine Scheibe Käse. Dass der Käse so ein bisschen geiler verläuft, packe ich ein bisschen Wasser in die Pfanne und dann direkt den Deckel drauf. Hier habt ihr das Endergebnis meiner Patties gesehen. Und jetzt wird belegt. Als Soße nehme ich die Siracha Mayo. Die hat so ein bisschen Bums. Die ist so ein bisschen scharf. Da stehe ich irgendwie drauf. Ganz unten direkt auf die Soße kommen ein paar Röstzwiebeln. Die drücke ich so ein bisschen fest. Und hier haben wir schon mein erstes Patty. Jetzt ist hier meine selbstgemachte Bacon Jam. Die packe ich also da oben drauf direkt, wie ihr sehen könnt. Und das auch nicht zu knapp. Und dann kommt schon das zweite Patty zum Einsatz. Und da packe ich auf einer Seite ein paar rote Zwiebeln drauf. Und auf die andere Seite noch ein paar weiße Zwiebeln. Jetzt noch mal ein bisschen Siracha oben drauf gescheppert. Und dann ist mein Onion Smash Burger schon fertig. Guckt euch die Kiste an, wie saftig das Ding ist. Und wie gewöhnlich schneide ich euch das Ding natürlich gerne nochmal auf. Dann könnt ihr auch kurz reingucken. Ich hoffe, mein Onion Smash Burger hat gefallen. Jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr das Plus ballert. Haut rein. Bis dann.